So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal RamsesderDicke. Es ist wie immer, es ist Mittwoch, 22 Uhr, Raw fängt an, also Wrestling, WWE Raw. Ich sitze auf dem Sofa, bing bing, was ist jetzt schon wieder? Das war nicht die Ringglocke, nein. Najendik hat ein neues Event angekündigt, gefühlt immer Mittwoch, wenn ich Wrestling gucken will. Jetzt denke ich mir, entweder warte ich bis zur Werbung oder... Erstes Match ist eh gerade ein Damenkampf gewesen, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir nehmen schnell in der Pause, im Damenkampf, der Damenkampf ist die Pause, das Infovideo auf. Wir haben ja die Oktober-News gestern rausgehauen, wo ich gesagt habe, ich finde Oktober wird eigentlich ein richtig cooler Monat. Eigentlich vier gute Raid-Bosse den ganzen Monat verteilt. Super Durchbruch, interessante Rampenlichtstunden. Ich war so gespannt auf das erste Event im Oktober. Jetzt haben wir die Infos dazu da, beim neuen Stars der Entwicklung-Event wirken kosmische Kräfte. Das muss ja richtig spektakulär und heftig sein. Ich kann direkt sagen, ich bin enttäuscht. Das ist für mich das langweiligste Event ohne irgendwas. Oder ich habe auf dieser Infografik, die vorhin schon wieder überall rumging, nicht erkannt, dass da verstecktes Potenzial drin hängt. Momentan läuft ja immer noch die Fashion Week. Die Fashion Week ist für mich sehr interessant. Da gibt es zwar viele neue kostümierte Pokémon, aber das ist was, wo man Anreiz hat, was zu sammeln, was viel zu fangen, sonst was. Die Leute wollen ab Soll hin und her, neue Pokémon, neue Entwicklungen. Da ist auf jeden Fall ein Anreiz da für irgendwas. Wir sind verwöhnt mittlerweile. Wir sind verwöhnt im Pokémon Go. Kein Event darf kommen ohne neues Pokémon oder ohne neues Shiny. Dieses Event macht es anders. Stars der Entwicklung von Mittwoch, den 5. Oktober, 10 Uhr, bis Dienstag, den 11. Oktober, 20 Uhr. Die Geschichte der Jahreszeit des Lichts geht weiter, verfolgt die Geschichte von Cosmog in der Jahreszeit des Lichts. Der nächste Teil der Spezialforschung, die die gesamte Jahreszeit lang läuft, wird während der Stars der Entwicklung Events freigeschaltet. Wenn ihr diesen meistert, macht ihr einen weiteren Schritt auf eurem stellaren Abenteuer mit Cosmog. Cosmowum erscheint zum ersten Mal im Pokémon Go. Gut, das ist was Neues. Für 25 Cosmog Bonbons könnt ihr Cosmog zu Cosmowum entwickeln. Ihr müsst auch nicht zögern, euer einziges Cosmog zu entwickeln, denn es gibt Gerüchte, dass ihr in ferner Zukunft weiteren Cosmog begegnen könnt. Das ist ja schon mal was Gutes, denn ich würde eigentlich nicht gern das Einzige, was ich hab, einfach entwickeln und das war's. Ich würde gern ein anderes haben, damit ich eine Familie irgendwann hab. Also, wir dürfen uns das entwickeln. Aber muss ich es jetzt eigentlich entwickeln? Wenn eh demnächst andere kommen, kann ich doch vielleicht auch einfach auf die anderen warten. Vielleicht kriege ich ein besseres als jetzt und kann dann erst entwickeln. Das Bessere und spare Bonbons. Vielleicht muss man es aber direkt in der Geschichte entwickeln und das ist Teil der Aufgabe. So, ist auf jeden Fall interessant. Okay, geht so weiter, geht so weiter. Dann natürlich die Frage, was macht man aus Cosmowum? Kommt dann wirklich entweder Lunala oder Solga Leo raus am Ende einmal? Aber macht euch keine Sorgen, in Zukunft wird es weitere Begegnungen geben. Das bleibt weiterhin spannend. Das ist aber, glaube ich, auch das Einzige Neue, was es gab. Einfach das halt jetzt einmal entwickeln. Was jetzt halt ist eine einmalige Sache, gerade mal erst mal wieder. Raid-Tag mit Mega-Garados. Das war in der Oktober-Übersicht auch schon angekündigt und gezeigt. Samstag, den 8. Oktober von 14 bis 17 Uhr. Jetzt muss ich mal überlegen. Da ist doch der Hannes schon da und die Schenaya und der Dumanuman. Das heißt, wir könnten unsere freien Raid-Pace bei einer kleinen Raid-Tour mit Video vor Ort einfach rausballern. Das erste Mal einen Raid-Tag wieder wie früher, ohne Stream, einfach nur draußen. Schon macht es das für mich doch irgendwo interessant. Ich habe ja schon gesagt, Mega-Garados, super geniales Pokémon, super stark. Ob ihr den jetzt hier als Wasser-Angreifer, Unlicht-Angreifer oder Drachen-Angreifer für irgendwas nehmt. Der hat ja eine ganze Palette an Moves bei sich. Erreicht mega hohe WP. Wer da noch keinen Shiny-Garados hat, hier gibt es eine Höhe der Shiny-Rate. Hier gibt es Energie, Mega-Energie zum Entwickeln. Könnt ihr noch ein bisschen sammeln, wenn ihr da noch nichts habt. Und es wird sicherlich wieder 5 Reihen kostenlose Pässe geben. Sodass ihr einfach Spaß haben könnt an dem Tag und mit einer Gruppe losziehen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Hier stehen auch die Boni nochmal. Mega-Garados erscheint häufiger in Raid-Kämpfen. Ihr erhaltet kostenlos bis zu 5 zusätzliche Raid-Pässe, wenn ihr die Fotoscheiben von Arenen dreht. Die Chance auf ein schillerndes Garados ist erhöht. Ihr kennt das von den anderen Raid-Days. Da ist eigentlich so gut wie keiner ohne Shiny bei 5 Raids rausgegangen. Sonst war das so, man hat bis zu 5 kostenlose Pässe erhalten an dem Tag. Also 4 zu dem einen Gratis-Pass, den man eh hatte dazu. Sodass man insgesamt 5 hatte. Hier steht aber bis zu 5 zusätzliche. Das heißt, momentan kriegen wir 2, kriegen 5 zusätzliche. Und wenn ihr den vom Vortag aufhebt für diesen Tag, weil ihr lieber Mega-Garados machen wollt, habt ihr 8 Pässe an dem Tag, wo ihr mit einer erhöhten Shiny-Chance Mega-Garados raiden könnt. Ich wäre zumindest, würde an diesem Tag also dann 7 Raids machen in einer Raid-Tour mit den anderen vielleicht zusammen, wenn sie da Bock drauf haben und wir da ein kleines Video so machen, um zu schauen, wer kriegt ein Shiny, wer kriegt was Gutes, stelle ich mir jetzt eigentlich richtig gut vor. So, wilde Pokémon in dem ganzen Event. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger. Kokuna, Tauboga, Quapuzzi, Kadabra, Apollo. Sind alles Weiterentwicklungen? Können alle nicht Shiny sein. Äh, ja, Tauboga, Bonbons, XL, wenn ihr euer Mega-Tau-Boss mal vielleicht noch ein bisschen pushen wollt, oder Apollo, Kadabra für die Mega-Entwicklung da auch noch ein bisschen was mitnehmen vielleicht. Mega-Bieber, Kokuna, also XL-Bonbons, dass ihr eure Mega-Pokémon pusht. Vielleicht steht das alles dafür. Ansonsten haben wir hier Seemon als Entwicklung. Was nicht Shiny sein kann, was Shiny sein kann, wäre Rihorn, Sichlor, Evoli, Quiekel, Trassler, Zwirlicht. Rihorn, okay, starkes Pokémon, aber auch schon so oft da gewesen. Sichlor, Mega-Sherox vielleicht, bisschen Quiekel, okay, Quiekel, Mammute, Mammutail, Bonbons sammeln noch. Evoli, wer die Entwicklungen noch nicht hat, die anderen alle. Trassler, Trassler, okay, ist ja eigentlich auch stark, gibt es ja auch noch Mega-Entwicklungen danach. Zwirlicht, Zwirlicht. Und dann bleibt noch Zappladin, Lichtl und Iguana übrig. Zappladin wohl, ja, relativ selten, aber auch relativ unnütz wahrscheinlich. Iguana macht man, glaube ich, auch nicht wirklich was mit. Lichtl kriegt noch seinen Seaday, der kommt jetzt im Event. Und dann kriegt er einen Seaday kurz danach. Auch ein bisschen komisch, aber trotzdem zählt halt hier dazu. Also, für mich aber jetzt eigentlich nichts Großartiges dabei, weil kein neues Pokémon zum Fang in der Wildnis, auch kein neues Shiny dabei. Wird wohl einfach nur ein bisschen EP und Bonbons-Farm sein. Staub-Farm, EP-Farm, Bonbons-Farm, aber so jetzt nichts, worauf man unbedingt gezielt gehen muss. Raid-Kämpfe, Stufe 1, Sonnkern, Porygon, Sichlor, Onyx, Fleckmon. Pfff, eigentlich alles unnütz. Vielleicht Onyx, Sichlor auch wegen Mega-Entwicklung noch irgendwas mitnehmen, ansonsten wüsste ich jetzt hier gar nicht. Raid-Kämpfe der Stufe 3, Magnedon, Rizeros, Kaifel können alle nicht Shiny sein. Verschwendet nichts, wenn ihr Shiny sucht. Toggedick könnte Shiny sein. Da vielleicht noch, wer ein gutes Toggekiss haben möchte, sich da was rausziehen, entwickeln. Raid-Kämpfe der Stufe 5, Xenias und Evil-Tal. Weil das wechselt ja dann. Ihr habt ja noch Evil-Tal da und dann kommt das Xenias rein. Also das überlappt sich im Event. Die werden wahrscheinlich interessant sein für die meisten, die da einfach noch ein 100er suchen oder da ein Shiny suchen. Also das ist was Neues. Aber das habt ihr ja auch ohne dem Event dann, dass ihr Xenias und Evil-Tal dann momentan habt. Ja, Mega-Schlappohr. Müsste jetzt mit Evil-Tal drin sein, glaube ich. Ich habe gar nicht so genau drauf geguckt. Wird dann noch abgelöst durch Mega-Voltenso. Ist für Shiny-Jäger oder XL oder auch hier Mega-Energie vielleicht interessant. Aber eigentlich auch nicht so die Wucht. Schließt Feldforschungen ab, um Sternenstaub, Entwicklungs-Items und Mega-Energie zu erhalten. Es gibt Sammler-Herausforderungen. Vier Sammler-Herausforderungen rund um die Entwicklung von Pokémon. Für den Abschluss gibt es Entwicklungs-Items und es gibt den Entwicklungs-Cup. Nur Pokémon mit maximal 1500 WP dürfen teilnehmen. Und nur Pokémon, die bereits entwickelt wurden und sich noch einmal entwickeln können, dürfen teilnehmen. Also theoretisch diese ganzen Zwischenstufen, die ihr hier habt. Kokuna, Tauboga, Quabuzzi, Kadabra, Alpollo. Sowas könnte man da also alles da reinnehmen. Oder SEMON. Die können sich ja noch einmal entwickeln. Haben sich aber theoretisch schon einmal entwickelt. Also für die GBL-Spezialisten und Freunde wird das vielleicht ganz interessant sein. Ansonsten, wer noch ein bisschen Mega-Energie braucht, aber habt ihr ja auch Zeit, zwei Wochen ohne dem Event. Für mich ist eigentlich hier nichts dabei. Ich würde weiterhin auf Evil-Teilung Xerneas gehen bei den Raids und bei den wilden Pokémon. Ja, vielleicht noch ein paar Mammut-Hell-Quigel-Bonbons sammeln. Trassler-Bonbons, Rihorn-Bonbons gehen eigentlich immer. Ansonsten, ja, was sagt ihr dazu? Freut ihr euch auf das Event? Einmal hier euer Cosmog weiterentwickeln? Dann wird für mich wahrscheinlich der Raid-Day das besondere Highlight sein, weil wir da einfach ein schönes Video drehen können und eine kleine Tour machen können. Ansonsten war es das schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Wie findet ihr das starrste Entwicklung-Event? Schreibt es mal in die Kommentare. Jetzt ist sogar Werbung und gleich geht es weiter mit Wrestling. Ciao.